so jetzt müsste ich aber bauen können hauptsache wir kommen endlich mal vorwärts das ist die Nägelverkette kein Problem Nägelhammer gut aufgaben ach ich brauchte die diamant später ich habe es ganz vergessen ich war trotzdem dass wir fertig und er nimmt wirklich das was am meisten hat wenn ich kurz davor dass man den kürbis aufzugeben weil wirklich nichts bei rumkommen noch ein klein bisschen Milch, weil ich liebe auch diese Bezerr ich sollte mal mit den Pfeilen arbeiten so, ich muss gucken dass ich die Frenke brauche und wahrscheinlich brauche ich da die Pulver dafür könnte ich wissen Tonflaschen Tinte Tinte, da brauche ich immer Papier Tinte Okay, okay Papier brauche ich immer um Irgendwie Ich pack hier einfach mal rein jetzt nochmal für Schickezeiten Noch mal Platz also ich brauche Papier auch noch platz weg jetzt auch mal raus die wolle kann ich mal raus nehmen stein zwar behalte ich jetzt bleibt das mal außer die palmsegel mehr papier und tinte was brauche ich für tinte was man da schon hier das machen wir noch ein bisschen weiß mehr kuh bitte und die tonflasche muss ich auch machen mehr ton die musik am lagerfeuer machen die flaschen oder ich muss sie im ofen machen aber ich glaube die muss die am lagerfeuer machen ich glaube auch nicht zu erinnern dass ich mich schon lange gefragt habe die die wir da sind jetzt weiß ich es dann muss ich auch noch diese scheiß pulver bauen dann brauchen wir gar nicht mehr dann machen wir sie jetzt mal das stück das papier durch machen wir ein bisschen Tinte dann muss ich noch die pulver herstellen ja oder wo gab's denn alles fliegen panther steckles alle drei sind da ich green bin die ich die Ja, das ist so, oder? Ich bleib hier vor. Was brauch ich denn dafür? Das geht ja noch. Wir haben uns auch gleich mit Verwindungen. Ach, manche sind hier noch Fliegenpilze und Panzerpilze. Da brauche ich mir ja gar kein Kopf machen. Da kann man die Pulver direkt herstellen. Gut, dass ich diese gesammelt habe. Hab ich gar nicht anbauen müssen. Oh Gott, das dauert sehr lange. Da können wir mal ein bisschen Haut reinpacken. Ich hab's kurz gegangen. Ich weisch wieder nicht herum. Aber ist auch egal. Muss er hier abbrechen. Ach, jetzt hinter. So, ich hab's jetzt noch. So, jetzt müsste ich doch das erste machen können, oder? Also, ich brauche noch die hier. Die Fläsche brauche ich noch. Was brauchen wir denn jetzt? Mörser oder ne Waage? Oh Gott, nee. Mörser, Waage und Füller. Mörser. Mörser. Kann ich hier auch mal herstellen. Eisenpaum zu bleiben. Mörser. 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 schraubenzier ok machen wir erstmal die waage schraubenzier wo kriege ich ein schraubenzier her schraubenzier einer reicht hier können wir ganz gut vorstellen dass er das eisenmesser hier sitzt das steinmesser warum man hier für irgendetwas haben wir nicht und da braucht man alles aber man hat ja ich hab kein kopf mehr da haben wir schon mal die schraubenzier den tauschen wir schon besser aus da wird sich ein scheiß füller bauen oder die teile auch noch sage vage danke oh ich habe ein schraubenzier gefunden und da hat das mit folger habe ich dachte sie wird langsam mal funktioniert ja oder und dass ich mich noch zehn jahre hier brauche damit ich mal vorwärts komme die drecke könnten vielleicht auch so nützlich sein tatsächlich die ganze pilz hier raus und hier fliegen kann ich auch anders einlagern ich habe hier verla Ich weiß immer noch nicht, was man mit dem Blumentopf anfängt. So, sind wir soweit? Ich muss noch ein bisschen Braunker. Ich werde erstmal einer reichen. Braunker braucht man immer. Irgendwas kommt ja raus. Irgendwas kommt immer raus. Dann kann ich endlich den ersten Frank herstellen. Ich werde vielleicht auch irgendwann mal die ganzen Sachen ein bisschen ändern sollen von der Wertigkeit. Wenn ich hier zum Beispiel andere Sachen reinpacken würde. Metallmörser zum Beispiel. Wird es vielleicht auch schneller gehen. Allerdings ist das Hauptproblem ja eigentlich, dass mir mit unserem Wasser fehlt auch. Ich werde jetzt also kurz noch ändern. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich habe erstmal ein bisschen Kram hier rein. Ist echt schlimm, wie schnell das Zeug war. Wie schnell ich war alles voller wieder. Und zurück lasse ich mal die paar Barren hier. Geil. In der Hoffnung, dass es endlich mal jetzt passt soweit. Keine Ahnung, ob ich Kopfsalat, großmarin, wahrscheinlich brauche ich von allem was. Vielleicht stelle ich aber auch fest, dass die Tränke einfach so was von viel besser sind. Aber ich glaube fast nicht. So. Füller. Mörser. Warte. Da kommen wir jetzt da ein bisschen was rein. Die Tinte kann nicht direkt rein. Das Papier kann da rein. Die Pulver. Schön, dass es da ein separates Lagerflug gibt tatsächlich. Das ist ja nicht. Aber ich glaube fast nicht. Ich gucke nicht mal weiter. Ich habe das neue und du da bist. Und die Schlag hier schon mal auf diese Flaschen und ich kann hier noch ein bisschen etwas kaufen ! oh ok warum auch nicht ich versuche das hier ganz auf der ganze zeit auf die ganz andere methode aber die pulver vergessen ein pulver vergessen mein teufel in pulver ok das habe ich auch nicht gesehen gut dann was habe ich echt übersehen das kann doch mal passieren es hätte ja gar nicht funktionieren können also und ich muss uns die ganze zeit auf die art und weise her jetzt mal ernst aufs herz wer rechnet denn damit dass das so läuft hier könnte ich jetzt auch mal weg packen ich mache einfach mal ein paar kürbisse dann kann ich vielleicht mit dem kürbissabt herstellen ich mache ich die reichen und rauchen nicht unbedingt eventar brauche dazu Alter Pilzpulver. Dessen kommt so, das braucht man nicht. Lass uns Kürbisse anbauen. Ich kann hier nirgendwo Kürbisse anbauen, oder? Ja, wenn ich so drüber nachdenke, Kürbisse braucht wirklich viel Platz. Nicht ganz so abwegig. So, dann machen wir mal den ersten Prank. Ein Prank der Heilung. Ah, das Täubling-Pulver fehl. Machen wir eine Prank der Heilung. Warte. Nicht länger. Ah, schwinde, blöde Kuh. Ähm, ja, blöde Kuh, ja. Prank der Ausdauer. Da brauche ich doch kurz danach. Gut, fangen wir mit dem Gegengift an. Scheint auf jeden Fall schneller zu gehen, wenn ich die so anschaue. Auf Fliegenpilze, was ist das denn? Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Die Pulver hab ich eigentlich überhaupt gar keinen Bock. Kürbis. Jetzt darf ich jedes Mal das neue anfangen würde. Ich weiß nicht. Ob wir das wert ist, was man Kürbis an sich bringt nicht, oder? Ganz righteous, das ist. Ich möchte mal in. Das ist ja echt bescheuert. Das ist ja eigentlich. Eigentlich müsste saadpause, also. Ich hab seit, was meintür wisse gekriegt. Aber ich hab's ja... Jööy. Kopfzeit hat richtig. Bleib jetzt mal stehen. Ah, ich moe die Fikir-Kritte. Da sind nicht irgendwas, wenn du stehen bleibst? das muss doch einfach austarieren was wie lange braucht ich habe keine ahnung was ich hier mache auch verdammt aber auch erdbeeren also ich habe diese scheiß kräfte dass man weg der rest ist mir vollkommen egal dann lasse ich diese ganzen pulver einfach mal hier ich werde auch so durchkommen durch das spiel die prozentig ab 40 prozent ich werde immer schlechter aufgaben könnte aber eine kettenfalle bauen wir könnten habe ich ja noch irgendwo vielleicht kann ich doch den kopchen holen aber das gemacht haben kranksystem befällt mir nicht dann auch mal hier bleiben so ich werde die tränke wahrscheinlich im zweipel verwenden aber das war es dann auch schon so kettenfalle kettenfalle irgendein hammer Ja, die Tränke brauchen jetzt ein bisschen, aber auch nicht. Ich bin ja noch richtig ausgerüstet, um da oben Diamanten zu sammeln. Da muss ich ja eigentlich noch mal hin. Einfach eine Stunde Zeit Schluss zu Mars. Ich kann euch mal versuchen, mich noch mal durchzuschlagen. Aber ich glaube, ich muss wirklich mal gucken, dass ich die Mörser und Pfannen verbessere. Könnte ich mir noch eine andere Pfanne bauen? Eine Eisenpfanne zum Beispiel. Ah ja, die würde jetzt nicht was bringen. 30% mehr Geschwindigkeit. Metallmörser, Metallpfannen. Ah, ich habe kein Eisen. Okay, boah, Eisen. Kampen sind total. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas hier brauche. Ich könnte doch einen Goldkorn machen, richtig krass. Ne, kein Branche. Und wieder mal 50 Wasser. Finde ich nicht schlecht. Finde ich echt gut sogar. Okay, nach Wirklichkeit Kohle, dem die Asche legen, ist die beste Idee. Am besten, ich suche mir noch ein paar Eisen vorkommen. 72% mehr. Aktuell. Wenn ich die hier manchmal habe, dann werde ich aber noch ein bisschen suchen müssen, oder? Das habe ich noch ein paar. Ich habe tatsächlich noch ein paar, welche will ich noch mitnehmen. Und ich mache das irgendwann anders. Und prügel mich einfach so noch mal durch. Hat ja funktioniert. Ich habe noch vergessen, wo ich hin muss. Mars.